Hallo und herzlich Willkommen zurück bei HW2SQ Oh, okay das mit den Haken ist ja echt schwer Was ist das denn? Es gibt ja sau wenig Haken irgendwie Ja die Sache hat nen Haken ne? Also einen hab ich auf jeden Fall gesehen Muuu, Tobi Jawoll Pan Ich hab da, hab ich nicht geschafft leider Würde ich dich bitten jetzt die Praxis zu verlassen oder die, 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 die Wiese Ja, ja Die Wiese oder was? Ach Tobi, bitte Hast du ernsthaft jetzt noch den Doktor genommen Tobi? Ja Hast du nicht? Hast du wirklich nie? Sowas davon gelogen, ich hör das sofort Ja Nein, ist wirklich so Nein Du brauchst gar nicht mehr weiterreden Tobi Ich bin der Doktor Ja Hu? Ja Hu? Der Doktor bin ich Hu? Der Thomas kommt ja jetzt immer Doktor Hu Warum Dead by Daylight? Warum? Wen gehören denn diese Röntgenbilder hier? Das sind meine, sorry Dem Röntgenius-Institut Du hast ne Gurke im Arsch Was? Lauf ruhig Alter ich kann selbst Pflege machen, wie geil Wasch dich mal Äh Oh Watt Äh Alter Eriks ist das Verkönigungen Ich wusste nicht, dass du da bist Ich wusste nicht, dass Ich wusste nicht, dass Hey wir sind Team Leute, wir sind Team, ganz ruhig Halt mal Curry Äh, was denn hier Hä? Oh Gott Ich hab grad voll die fetten Legs gehabt Ich bin grad voll gegen die Wand gelaufen Weil hier so alles fette Legs Halt ab, wenn du fette Legs hast, Mann Ich hab dir jetzt wirklich geholfen, das war mein Plan Achso Mann Ey, danke Plan Das war mein Pan War das witzig Oh mein Gott Ah Ne, also wir können Das ist mir ja auch egal Wir können die Folgen aber auch mischen Später Wir nehmen ja jetzt erst mal auf und mischen hinterher Können wir auch mal, wir können ja alles machen Mischen 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 im Boss Dann gehen wir auf eine voll geile Mischen Alter, voll geil Dann machen wir noch eine Und dann warten wir das Feedback ab Zu den Golffolgen Boah Feed, ne ich hasse Füße Feedback ist so ne Rückmassage oder was? Ja das ist so ne Verfilmung wie Terminator Feedback weisse Mhm Achso die Füße kommen zurück in der Zeit Terminator Das ist so doof Besser Erich Au Wer ist die Palm Jan Sanft Jetzt die Palm Nein Jan Sanft Jan Sanft Die Bahn Jan Sanft Kennt er den? Jan Sanft Der Zylinder sitzt Ja aber ob ich das ruhig habe Ich bin nicht sicher Der Zylinder sitzt Irgendwie sehen diese komischen neuen Fische aus Die Penisse Was? Dildo ist im Feuer Büsch als Penisse Sag mal Curry Ey guck dir den Busch an Und sag mir nicht dass der nicht aus wie so ein Gehänger Alter Ich finde der sieht eher aus wie Georg Was? Wer ist Georg? Busch Oh Tobi Alter So scheiße Also das sind ja gar keine Gegner Wie lol sind die So Wie lol ey Wie lol Wie lol Tobi war echt gut Nur ein Dota Gegner ist ein guter Gegner Auf der mittleren Straße sind noch ganz viele So die Pan hat ihre Shells schon geöffnet beim Summer Event Was was Michelle Ach stimmt Shells Genau Michelle So ne Art So ne Art Aber ganz schlimm Ganz schlimm sind die Leute ja wenn du das Wort Jude sagst Dann ist total vorbei Was ist denn mit den Juden 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 Tobi Was ist denn sofort in der Ecke Achso Also ich finde Juden ganz nett Judentag Was ist denn ganz freundlich und so Ja Jetzt muss ich die Küche von jeden Tag bringen So Freunde ich wünsche euch alle Jude Und äh Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Supergeil Und Ryan Ryan ist endlich entriegelt Und Ryan auch ey Mein alter Kumpel Ryan Echt Warte Habt ihr nicht mal zusammen ein Reihenhaus gekauft Oh Alter Deine Witze sind zum Rhein Ryan Ryan Gosling Frankfurt am Rhein Ja Nintendo ist einfach immer so schnitt Aaaaah Candy 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 Suckersüßer Candy Suckersüßer Candy So Suckersüßer Candy Bei Nintendo ist das so Oh nein wieso passt mir das immer Immer genau diese Stelle Diese Stelle ist mein Nemesis Oh scheiße Banane Nemesis wie sie es wollen Das Problem ist wenn wir jetzt nämlich uns auf der Brücke festsetzen lassen Dann kommen wir da nicht mehr weg Wenn die Zone dann geht dann sind wir halt hart am Arsch Die Kaltzone? Ahahaha Juhu 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 So Okay schon mal in die Zone reingehen Also zumindest ne Funrunde mit irgendwelchen komischen Waffen mit den Leuten nochmal hier oder sowas Das können wir vielleicht machen Ja mit Fun oder Funrunde? Ja ja Einfach mit Fun Einfach mit Fun Mit Fun Mit Fun Mit Fun Habe ich ne 8? Ich habe keine 8 doch habe ich Juhu Unfassbar Ich habe auch ne 8 im Fahrrad Ich hab auch ne 8 im Fahrrad Ich hab auch ne 8 im Fahrrad Ich hab keine 3 Ich hab keine 3 Ich hab da runtergerutscht Nein Ciao Curry Alter komm History repeating oder was? Scheiß Honig So ein Scheiß Honig ne? So ein Dreckshonig Honig Honig Du Honig Honig Eigentlich soll ich noch die ganze Zeit Punkte kriegen werden Scheiße Honig ey Alter ich muss nur an die Kante kommen Curry Alter Curry schaffste Komm schaffste Curry Gib dir doch mal die Kante Curry Komm Schaffste Curry Was mit einem freien Spiel eigentlich? Roast yourself oder? Ich weiß nicht was freies Spiel ist Hä Pardo Gibt's jetzt keine MW mehr oder was? Das Spiel ist nicht verurteilt in dem Fall dann Achso er hat uns gut Pan komm mal rüber Ey ist doch super einfach Super Meat Boy und so Ich bin super Glied Boy Mit Meat habe ich auch nicht am Hut Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Human Fall Fat heißt es glaube ich ne? Ja egal Human Fall Fat Jaaa Ich hab das Dünchen mitgenommen Ich hab das sogar hier Weißt du noch wie man das aktiviert? Ich hab keine Ahnung mehr vom Hunter Ehrlich gesagt Ja ein klick eigentlich Oder links klick nur Also komplett Erik was macht deine Hand da? Ey erstmal Uno heute wieder spielen Nein Nein Sofort dabei Mit Pan spiel ich nicht mehr Uno Mhm Ey da fehlt noch eine nächste Pan komm rüber Spielst du jetzt nur noch DOS Spielst du jetzt nur noch DOS oder was? Ja Spielst du jetzt nur noch DOS oder was? Das ist der Nachfolger von Uno Ich war bei Spielen Verdammt 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 Hast du ein Close bekommen Tobi? Ja bei Spielen Ah lol dann kriegst du natürlich Close Alter das gibt's doch Ich hab ein Close im Halse Ja Tobi hat nochmal nachgezählt Oh Gott Es ist stiller geworden diese Runde Ja Alter das gibt's doch nicht Es ist ein bisschen Ben geworden Ok Ok komm Ja Kann das sein, dass wir über Brücken müssen? Ne wir müssen blau auf blau und rot auf rot oder? Wo siehst du denn hier Brücken Curry? Uh uh Über 7 Oh Ja wieso du hast 4 Karten ich hab 5 Wow Tobi richtiger Gebrämen Ich mag dich Curry Leben am Limit Profit 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 Profit, das ist so ne Fußcompany, ne? Fetisch, ne Fetischschuhe Ja, oder so Auf der Insel wird eine Destabilisierung von Schallenwellen erwarten, ich habe Berechnung der Parameter mehr Von Schalkewellen Halt alles übern Haufen Was ich ziemlich krass finde, ist, dass wir jetzt jemandem nacheilen, der Objekt Eleven ist Mhm, mhm Und wer heißt noch Eleven? Wer heißt noch Eleven? Ihr wisst genau, wer noch Eleven heißt Elf, Mann! Seven! Elfie! Elfie! Seven, Seven Eleven kennst du nicht? Ja doch, Seven Eleven kenn ich, ja Achso, ernsthaft Oder nein, Seven ist der Bruder von Nine Eleven Boah, 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 boah Boah, Alter, irre hier Boah, boah, krass Wieso zeigt der mir, dass ich Graupen habe? Oh mein Gott Keine Ahnung Vielleicht ist das eine Graubzone Oder sie hat Graubhaare Oh mein Gott Oh mein Gott Wie ist das eigentlich, wenn wirklich einige Menschen Reptiloiden sind Reptilien haben ja zum Beispiel keine Geschlechtsorgane Ja Wie, pflanzen die sich fort oder wie funktioniert das? Oder legen die Eier oder haben die, wenn die verheiratet sind oder sonst irgendwas, haben die auch Sex mit normalen Menschen? Vielleicht pflanzen die sich ja auch Fiat nicht fort Ach Tobi, Alter Alter Mach mal deine Nase frei, bitte da muss ein bisschen Sauerstoff hinbekommen Picknick mit HBSQ einfach Eine tolle Mola Oder Knola Eine Mola heißt aber Morgenlatte, weißt du ne? Schöne Softcakes oder Let's Go Mola Adebisi, da weiß jeder Bescheid Mola Adebisi Mola Adebisi Vielleicht weiß ich nicht Ich bin bei ne dunklen Studios Vielleicht schrubbt er sich auch jeden Morgen seine Mola Wer weiß es gar Ach Tobi, der war echt gut denn Ich wünschte jetzt Jawoll Abfahrt Passt schon Könnt ihr jetzt noch ein bisschen knatschig werden wegen dem Steg So, dann haben wir es Steht der dir im Weg? Oh super Jetzt mal leckeres Steg Mach doch mal was Lüppiges hier, ey Wir haben die Beweise hier jetzt gerade Ja Eigentümer Oh, das sieht aber teuer aus Sieht aus wie so ein Ei oder so, ne? Deswegen eigentümlich Ja, ich glaub die mit dem Gold rannen Aber guck mal, warum Mit dem... Nächste Folge bin ich raus Okay, wir schaffen die Runde alle gemeinsam Okay, so machen wir es Tobi, sei nicht so frisch Ich hab ne Nuke in der Tasche, ja? Ja, mach doch mal deine Nuke da, komm Das verschafft mir Genugtuung Oh mein Gott, Alter Ey, geil, die regnet immer so fern hier So Ja, weil du wahrscheinlich bei jemanden zugeschaut hast Und nicht meine Sicht hattest Doch, doch, du hast grad mit dem geredet Und ich hab dann so Curry, hörst du mich? Curry Bitte, Hilfe Achso Bitte nur einen Krum Und dann bist du einfach weggegangen Alter, er fängt schon wieder... Er fängt schon wieder an mit den Scheiß-Groomen, ey Die Krum... Wir sind die Krumen-Groob, Alter Oh Gott, können wir bitte die Folge beenden, ey? Ja, jetzt gehen wir wieder schießen Tschüss Seif ist leider raus Ich hab im Knast... Ich hab im Knast die Seifes fallen lassen Aber gut, der weiß Da ist die erste Klage in Anmarsch So Das ist einfach... Cards Against Humanity hat uns zerstört einfach Das hat uns einfach wirklich zerstört Ja Gut, bei Boris musst du aufpassen momentan, ne? Nimm dir jeden Cent, den er kriegen kann Boah Auch Vincent? Ich nehm... Das ist das Okay, Tobi Alter Tobi, ey Du hast mich herausgefordert Was soll ich sagen? Ich bin ein Mann der Tat Mir selbst leid, als ich klein war Jetzt können wir uns auch einen Team-Modus Oder Panzerball Panzerball gibt's auch Oh, geil Panzerball? Panzerball hört sich gut an Ich hab keine Ahnung, wie das geht Muss man da tanzen, oder was? Ich hab keine Ahnung, wie Panzerball spielt Oh, geil Curry schießt zurück Gibt ihn ab Und dann... Hau weg Nein Nein 8 zu 3 Die Schande Die Schande Oh wei, oh wei, oh wei So Ihr seid Schande 04, wa? Ne, wir sind Bayern Der ist gefährlich Tobi Da war's nochmal still Okay, nein Du dreckst auf Sehr gut Da geht's zum Dunkel Und wo geht's zum Mädel? Boah On spot, on spot Jetzt geht ihr mal ein Stück Käffchen machen und komm mal wieder runter Und dann ist alles gut Kleve Käffchen Komm gleich runter, aber wie? Der originale Klevinger Warte, ich richte über den Haufen Ich zieh dich auseinander Ich heiße Klevin Klevin? Klevin Doris Gab's den schonmal? Ich bin den ganz sehr kreativ Mama hat gesagt, ich bin besonders Ja! Besonders Scheiße Harte, du übersteuerst ein bisschen Tu mir leid Echt? Ja Du zahlst einfach zu viel Steuern, Erik Du übersteuerst Ja, nein, 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 nein Bitte lass die Scheiße Ich hab da nichts dagegen, wenn du schiebst Aber das ist nicht schön Ich bin jetzt die deutsche Bahn von Monopoly Hier kommt nie ein Zug Aber ich hab'n Bahnhof Oh, die erste Bahn So, achso, Zug beenden, alles klar Ich will da wohnen Zug beenden am Bahnhof Du bist jetzt so mega lustig Ich wollte nicht Oh, 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 alles klar Rein da Weee Scheiße Das war nicht geplant Ja, das war ungeplant, ne? Die sehen jetzt alle aus wie kleine Fangs Weißt du wie sein Name ist? Nicht geplant Darf ich nochmal? Drehen für Baby Ungewollt, alter Kennst du ungewollt, alter? Oh, oh, oh Ich darf hier nicht springen, oder was? Ja, einfach nicht springen Einfach volle Pulle dann schlagen gleich Vertrau mir Ich bin Leonardo Di Curio Ja, das war... Hä? Hä? Siehst du? Wo kommt das denn jetzt auch mal her? Kea? Was? Ah, komm Kennst du nicht Mariah Carey? Geht das nicht mit der Trage? Doch, das ist so ein Tragezeichen, aber... Oh Die drei Tragezeichen Hä? Oh nein Wer bin ich? Ich bin Tobe Oh Gott Kann ich ja gar nicht mitmachen, wenn ich das Tobe Ja, komm Tobi, bitte lass doch mal die Scheiße sein Oh, Alter Ja, ich hab den gut Ich habe den gut Ja ich hab den gut Ich hab den gut Ja, ich hab den gut Ich hab den gut Ja ich hab den gut Ja ich hab den gut Ja ich hab den gut Was ist da los? Ich dachte Dünen sind aus Sand oder so Ja, muss nicht unbedingt, ne ok sorry die dühne werden schöne dühnenwanderung in den holland ich bin dühnamo dresden verändern beim türken haben wir ein dühner gekauft und wünschen euch noch einen schönen tag aufgeladen ist ja wir switchen mal rüber ganz kurz ich muss ganz so festhalten curry wenn curry träumt davon tobi aus aufzusaugen ja das hast du jetzt so gesagt das war jetzt hört immer das was man hören will ich ja eben dass das habe ich auch so verstanden ok was einmal hin alles drin was denn mit der schwein spielen oder tobi das waren sehr ungezogen zwar sehr sehr ungezogen ist ja doch froh dass er sich mal umzieht ja ich zieh ihn auch mal um ein zwei freddy kommt vorbei ja geht oder warum ne 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 ich joe hier nur äh die joe ist vor dich hin ich bin onkel joe ich kann dir so eine vision anmachen die macht zwar ein bisschen heller mach doch television an hey tobi also ich hab diese vision die ganze zeit tatsächlich an was musst du denn vision die köche und zwar zackig die köche und zwar zackig tanze simba mit mir in den wappen 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 sag mal erik was ist eigentlich dein simps simps in den wappen ich hab ich hab band aids gefunden wo ist das gebannt habe ich hier noch hallo kanzlersail 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 ne bei dir ist das nicht lustig tobi dann lach ich nicht ich bin carlos es ist in ordnung für euch wenn ich alejandro nehme ich bin carlos ich bin alejandro wenn du spaten kein auto hast dann bist du carlos alter ah wer stirbt ist hei ich mach hei wie kann ich das denn machen du gehst einfach auf die rolle und dann gehst auf hei hei pan oh god so furchtbar ok let's go onkel jo find ich bin nie gewacht ooooooo 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 es ist so mann an es reicht es ist die outlast gang es ist die outlast gang klar ich hab letztes wieder aladin geguckt die alten aber ooo jungen es ist halt so geil einfach ala di analdina 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 weißt du denn von diesem witz der wartet ab leute der wartet ab der tobe ist mein mobi dick er wird gemobbt und er ist dick so so gelogen der hockt in irgendein seetang wahrscheinlich und freut sich ja ich bin jetzt vegan da muss man mal leckeren tang essen da muss man mal leckeren tang essen da muss man mal leckeren tang essen mhm ich hab auch schon einen string tang wieder raus geknüpft mann tangensuppe gott hase ernsthaft muss das immer sein mit deinem witz ja natürlich du furchtbarer mann es sind ja nicht mal witze ich will ich will heim mit dem tobi kopf spielen was ich will heim mit dem tobi kopf kuh ooooooo ich bin einfach Curry hör auf bitte es interessiert keinen Curry der fickt uns wieder hör auf es interessiert keinen der tobi wird gleich zum fulg da musst du aufpassen zum unglaublichen fulg da musst du ein bisschen vor uns das sein das ist ja lustig deswegen starten wir mit dabei natürlich auch die bezaubernde Pan und die bezaubernde Curry halloo du hast du bist tatsächlich ungefähr jedes dritte wort von dir kommt gar nicht bei mir an ja bei mir auch das ist mir schon aufgefallen im richtigen Leben auch das soll so das macht er extra das macht er extra hack ich wieder ab bei Discord ja manchmal ja aber ich verstehe nicht warum vielleicht hast du es einfach abgehakt ich wünsche deine Worte würde nicht ankommen ähm was ich hier ganz cool finde ich mein oh die Sonne hier ist schön ab und zu hab ich ja ab und zu hab ich ein paar Lags irgendwie ab und zu springt der ein oder andere guck mal wie geil das auch zwischen den Bäumen hier so einfällt ja man was dieser Sonne nur einfällt oh Tobi Können wir Tobi erschießen Können wir Tobi erschießen einfach nächstes mal wenn die Roboter kommen stellen wir den Tobi einfach dahin dann dann geben die eh auf bei mir auf dem Channel gibt es Videobeweise wie ich hier ganz ehrlich und toll spiele was hast du jetzt gegen Türken auch bitte Erik ich hab die Sekunden gezählt das war doch nur Glück meine Fresse die Map ist sehr einfach wenn du das jetzt nochmal sagst dann dreh dich dir ins Gesicht das war sowas von Glück ok du bist gleich fertig hä sollen das Skills gewesen sein Curry ist das was du sagen willst ich mein danke das war ein Kill natürlich oh Gott oh Gott Tobi echt Tobi geh dich bitte oh mein Gott die hat einen Maden am Bein ich finde ich die der ist vielleicht heißt sie Madeleine so was denn soll hier nichts hilft hier ist ein Sarg was ja sag doch sowas nicht ey ok und dann töten wir Pan ja und dann essen wir Pan ja 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 Pan essen Curry ja Pan essen der war gut oh war cool ne Tobi war das lustig ist der Fall suche am nahegelegenen Fluss nach Kesha ich dachte die sinkt nicht mehr doch die sinkt jetzt nach dem Fluss oh damit kann man doch die Fische so auffangen ne Kesha oh oh ok Tobi willst du bollerchen ne ich will eigentlich nur Action ja bollerchen komm direkt ins Gesicht willst du ne Gorka hier ne Gorka geil guacamole mach ich mir da raus die Pan einfach überlegen ja ja unser Schiff singt gerade was ähm aber du bist doch nur eine Minute damit gefahren Curry ja ich muss ich muss ja ich wollte es euch näher ran bringen aber es geht alles gut geht ok ich glaube ich habe es ja raffig halt raffig halt ich hoffe nicht dass es geht nicht ich hoffe es schwimmt oh leul da hinten ist ja auch noch ein fuck 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 hallo können wir machen ne ja also kann man kann man ja also muss niesen dann nies doch mal aber dann mach mal folgen Pause ok ja tschüss gesundheit gesundheit dankeschön tja waren und genossen dann würde ich sagen kommen wir zum ende ne ja ja würde ich auch sagen wenn ihr die Folge genossen habt dann lasst es uns auch gerne wissen Boah ist das furchtbar Alta Curry ich schies mich in den Vulkan ganz ehrlich oh ne..nein Karon oder die ist denn ein Karon Curry ist das Charlize Karon oh Hase maaaan das dauert ganz schön lang mit dem Bowlen ne ja ist halt ein Bowling Game Dieter Bowlen oder wat der war richtig richtig da wirst du deinen kindern auch erzählen und die kinder lachten denn sie wollten sein erbe das ist aber sein haus ist den kunden ja ich wollte mich ja noch mal erkunden ein bisschen schade dass man nicht nachlesen kann was die modi halt machen ja was ist denn carnage das würde ich gerne wissen ja das weiß ich auch nicht was ist dieses single player was macht das ich habe keine ahnung private kannst du was ach guck mal wenn du auf private gehst wir haben fertigheizpunkt gewonnen können wir den irgendwo zuteilen wo wir so weil wir so fertig sind bei fertigkeiten wahrscheinlich so erst mal schön porno kondo ich bin sehr viel zufrieden ich werde mal kurz nachschauen da in deinem komischen konto wo bist du komm doch rein friends sind hier erlaubt ja wie kann ich das machen in der lobby einladen kannst du mich irgendwie einladen du können wir noch nach joinen oder geht leider nicht zeichnen mir nicht an okay voll cool warte mal gucken spiel starten ne spiel zuschauen habt ihr auch noch alle geld auf eurem kondo ach oh release antennensignal sondern 1 meter release release 281 was für eine schronflinze wofür brauche ich denn für den schronflinze so ein gewehr also ein zielfernrohr alter ist das ein quatsch was sie an johnson fernrohr ein johnson fernrohr ich habe fertigkeitspunkt fertigkeitspunkt fettigkeitspunkt warte mal ist hier nicht so eine drohne die herumfliegt ja da fliegt eine drohne rum oder widerlich ja da fliegt so eine drohne rum auf südwesten da hätten sie ich glaube ich was finde ich nicht gut so lange sie keine drohnungen ausspricht auf eine release antenne really really was wo vor uns vor uns really 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 i tell you what i really really want ne jetzt hab ich keinen bock mehr das ist echt nicht weh also ich geh da hin zu der insel hier ist doch das emblem was für ein emblem emblem kennst du embleminem das ist so ein rapper der hat ein zeichen bitte hör einfach mal warum macht das nichts embleminem find ich super oh ja hier ist alphawand wir brauchen einen ubo aus gta wo sind die ferngläser so jetzt mal fernglas wenn das eine alphawand ist vielleicht können wir ja in der beta dann rein ich habe gerade sehr viel helst verloren weil ich vom balkon gesprungen bin pan brauchst du helfe ja ich hab ach bitte curry warum was soll das wir können weiter ja und dann habe ich noch äh hier mein äh mäuser jagdgewehr jagdgewehr oh micky mäuser oder wat ja und sonst nix das ist micky mäuser jagdgewehr ja ne und soll ich nicht alles klar boah ich will die ganze zeit hier eben welche büsche sammeln und so ich hab so viel green hell gespielt was gibt es auch green dunkel ich lach jetzt nicht doch Tobi du willst du willst du willst lachen das stimmt oh mein gott ich will wieder nach nor- ich will wieder auf norderney norderney oder nordernaus das war echt schön das war echt schön das war echt schön das war echt schön ich erinnere mich ich lach dir Erik auch gerade ey ich boah Tobi ich bin denn so oft auf Tobi alter du bist so ne geile saune das laufst du gar nicht ich hab schon krustel auf dem lachmuskel ich hab schon krustel auf dem lachmuskel noch äh gebäude boah hier sitzen und ein friesisch herbes jäber das ist das ist mehr ne vom vom gras her das ist mehr und da wo du stehst ist weniger wir sollten echt nicht mehr in den zustand aufnehmen was für ein zustand mir geht es super ja ich bin noch ein bisschen verrückt was geht es mir gut was du noch mal mit coca cola oder was boah was ist denn das was ist denn Naturgötzel alter ich kann keine bücher lesen ich kann es nicht im regal liegt Naturgötzel Götzel Mario Naturgötzel warte mal wir hatten doch einen barcode jetzt oder nicht dachte ich auch mit maschinen irgendwie können wir die maschine dahin schieben ne hä ist ja keine maschine hä ja äh was Tobi was los komm sonst aber nicht vor ja geil dann erkunden wir ja die burke der nächsten folge ne ne wir erkunden die bork ach so die bork ja gibt es nicht so ein ort da heißt borken oder so oder borkum oh gibt es ja borkum ist doch irgendwie so kurort oder so ne ja ja Tobi kann ich mir mal Geld borken krass ey so ja hallo und herzlich willkommen zurück bei generation der nullen wir sind es wieder eure lieblings nullen und äh wir kriegen ja nix gebacken ja wir sind auch keine bäcker mh 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 und das ist der grund warum niemand diese folge ich wollte auch episch auftreten ja ja zugangscope bunker sorken oh nice so ich mach mir gar keine sorken hä ach bitte wie schlecht lukutus von sorg ja irgendwie ja hier direkt beim truck draußen dick und truck oder was pfff pfff Tobi aaa ist so doof oh Munition ich will mitfahren boah was für ein geiler bus mein name ist Moni Munition oh gott hä über mich beschwertes Moni, Macaroni. Was ist denn los? Warte, Pan ist irgendwo anders. Ich hab Hochspannungsnetz. Oh cool. Hey Pan, hey. Hochspannungsnetz. Finde ich aber hochspannend. Warte, Moni. Tobi spielt mit Handicap und gewinnt trotzdem. Mit Handicap? Hat man so ein Handy eine Mütze auf bei Handicap? Ich wollte gerade sagen. Heute ist echt unser Tag. Läuft, glaub ich heute. Schön. Was ist das denn fürn Ausdruck? Die Unperson. Die Unperson. Sag mal hässige Hurenhexe zu mir. Oh, mein Jungferrotschni ist durchrissen. Hey, was passiert mir gerade? Okay, direkt mal Anker. Warte, warte. Oh, ich hab grad noch, ich hab grad mega Lags gerade. Warte. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Deine Lags waren schon immer ziemlich nah. Die Azure Scouts, das blaue Schiff. Wir können den Anker schon mal ausmachen, wenn wir die, wenn wir die Segel... Ja, ja, mach den schon mal hoch. Mach mal Segel rein und Anker schon mal hoch. Genau, genau, genau. Tobi, mach du mal, ich mach meine Segel hoch. Oh, fuck. Kennt die türkische Hauptstadt Ankara? Ohhhh. Erik, du tust den Jungen nicht gut. Tobi? Kennt die Fußballmannschaft Segel Madrid? Segel Madrid? Es wird nicht besser. Es wird aber nicht besser. Es wird aber nicht besser. Das ist doch die Insel mit dem Schiff, oder nicht, oder? Ne, sie sind mit dem Schiff, also hier liegen zwei. Ja, aber das ist keine Schatzinsel. Ich schatze schon. Das ist keine Schatzinsel, das ist keine Schatzinsel. Ich hab mir nur... Alter Toben. Entschuldigung. Willst du mich verarschen mit deiner fucking Birne? Birne! Birne, oder Birne. Sie verarschen mit deiner fucking Birne. Ich war jetzt ganz unten, also ich war zuerst oben auf dem Kirchturm, ohne Verkleidung die ganze Zeit, und hab da rausgeguckt. Und danach war ich einfach... Du warst, ey. Ich fand's gut. Es war halt ein bisschen Risiko mit dabei. Kirchturm. Ah, da schnauze Tobi. Du dreckigen, Alter. So, wir freuen uns jetzt den undankbarsten Schopap. Oh, es wird grau. Wir werden es wieder tun, Leute. Es wird grau... Es wird grau... Lassst du mich grad wegen meiner Aussprache aus? Ja, Tobi. Ja, das mach ich. Du mit deinem Gorke und deiner Borg? Ja. Du machst... Du weißt, du machst dich immer lustig. Du machst dich immer lustig. Siehste? Siehste? So einer bist du nämlich. Du machst dich immer lustig. Du suchst dir Sachen aus bei Menschen, um dich darüber zu amüsieren. Achtung, Achtung. Bis du in den Spiegel guckst, Tobi. Bis du in den Spiegel guckst. So. Ist das ne Borg da hinten? Mhm. Ich zeig euch immer meine Gurke. Also... Ich geh da richtig schön alleine essen. Hau ab. Richtig romantisch mit mir selbst. Das wird richtig schön. Das wird dein... Das machst du jeden Sonntag, Mann. Ja, natürlich. Wenn ich spazieren geh mit meinem Birkenstock. Du hast wirklich so'n Gehstock, Mann. Ja, natürlich. Aus was ist der Stock, Erik? Aus Birken, Tobi. Aus Birken mit Ö. Das ist echt aus Schuhe. Und damit geh ich in die Kirche. Papa, wenn du das hier liest, findest du mich im Glockenkirchen in der Kirche. Ich hab Cornflakes und Spiele und einen Schlafsack für uns beide. Ich warte dort auf dich. Ich hab dich lieb. Mein Charakter heißt der Colonel. Oh. Ist das sein Brief? Ja, für meinen Papa. Und wo bist du genau, Erik? Im Turm? Von der... Kirche. Danke. Schnauze Tobi. Aber das ist ja ein Gehirnparasit. Was willst du da machen, ne? Gehirn? Gehirnparasit, Tobi. Obe, wie geht's eigentlich so? Was ist ein Caron? Ich weiß es nicht. Der Caron von Duisburg. Boah. Schnauze Tobi. Oh, jetzt wieder mal. Ey, ich mach die ganze Zeit mit dir, bemerk das einfach gar nicht, ey. Mann, ey. Das wissen wir doch. Geh mal weg, ey. Wir sind eine Mannschaft. Wir sind keine Individuen, wir sind eine Mannschaft. Wir sind die Burg der sieben Weltmeeren. Wir sind eine Mannschaft. Richtig. Wir sind die Burg. Aufzug? Ja. Curry, komm, ey. Ja, komm, Alter, ganz ehrlich. Ja, Curry. Curry, weißt du was, Curry? Guck mal mein Auge an. So. Ich weiß genau, was das ist. Wozu du mich treibst. W-w-w- Was? Ja, mal weiter. Wie? Ne. Das kann man nicht erraten. Das kann man ja raten. Ich komm aus Kleve. Das kann man ja raten. Ich komm aus Kleve. Ja, ich komm aus Kleve. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö keine ahnung hat das extra jetzt können das soll jetzt extra jetzt ist es extra klebe hä klebe ne der curry nimmt immer so 30.000 kilometer lange Wörter, das macht der extra, damit wir hier raten so sieht es nämlich aus ich komme aus klebe, so ich aus klebe komme Ich hab Schauspieler fallen! Das sind Schauspieler! Das sind Schauspieler! Nö, ich hol's Liebe! Hä? Liebe! Ey, ich wollt gar nicht! Kleeve! Kleeve! Na klar! Das ist ein Mond! Feuerwerk! Engel! Alter, wie kommt man denn da auf Feuerweh? Wie willst du Feuerwerk? Kleeve! Hier, nimm ihn! Oh Mann, ey! Ersthaft! Hä? Willst du mich verarschen? Nee, ey! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ich hab aufgepasst! Ich bin Kleeve! Oh, Kleeve! Ich bin ja mein aus Kleeve! Oh, Pan! Hey, Pan! Hey, Pan! Alter! Boah! Von 26 auf Null! Von 26 auf Null! Von 26 auf Null! Ich bin Ere! Alter, Kleeve! So! Ich wollte jetzt die Richtung ändern! Ja, natürlich! Ja, natürlich! Ich hab Richtung ändern Karten! Jetzt guck mal, was passt da! Ey, sorry! Kann ich noch nicht wissen! Du musst mit mir kommunizieren! Kommunizieren! Und ich komm als Kleeve! Ich komm als Kleeve! Richtung ändern! Curry ist Level 7! Was ist denn da schon wieder los? Ja, weil der Curryheim mich übt immer! Level 5, Mann! Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich kann wieder alle Karten anfangen! Ja, natürlich! Hä? Ich weiß jetzt wie Uno geht, weil ich ja Curry bin! Kleeve Kleeve Kleeve! Oh, mein Team! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich bleib jetzt hier sitzen! Jetzt kannst du mal vorgehen! Hä? Ich geh die ganze Zeit von bis man tot! Ja! Ich komm, ich liebe! So! Der kammelt die ganze Zeit in der Ecke, Mann! Ja, guck mal! Ja, Curry zieht uns jetzt den Hosenboden lang! Ich weiß es doch! Ja, das wird doch schon eine Runde jetzt! Ja, dann wird wieder scheiße jetzt für den Zuschauer natürlich! Ja, klar! Nach einer Minute ist ja alles geschafft! Aber Hubert Blitzer aber hatten! Hm, Kleeve Kleeve! Hä? Ah, schade! Oh, ich bin der Würfel! Kleeve Kleeve Würfel! Ja! Kleeve Kleeve! Bitte Kleeve! 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 Eins, zwei, drei! Habe ich bestimmt schon mal gesagt! Curry aus Kleeve, ne? Klee, 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 Klee! Erik bitte! Ja, genau so! Ja, genau so hab ich das geschrieben, ey! Darf ich neben dir sitzen? Ja! Wir können es ja umsetzen! Ich fahr schnell nach Kleeve! Kleeve, 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 Kleeve! Oh Mann, ey! Na, endlich trifft man den Richtigen! Endlich trifft man den Richtigen! Ich schlag vielleicht einen! Komm jetzt! So! Hä? Wo ist das denn hingeflogen? Was? Was? Mach den Urlaub in Kleeve! Ja, was? Mach den Urlaub in Kleeve! Jawoll! Der Curry wieder! Natürlich der Curry wieder! Komm ich klee mich! Komm ich klee mich! Seid ihr noch warm mit Jens? Hä? Guck mal nach oben! Ja! Genau! Super! Erik, gut gemacht! Gute Leistung! Gute Leistung! Aber das hätte man vorher gar nicht... Das hätte man nicht... Der Curry spielt das jeden Tag! Ich bin echt ein Monster! Der Curry kennt das einfach! Alter, der Planken-Curry! Alter, was ist hier los? Weißt du, wo ist die Ente? Wo ist die Ente? Die hat man schon viel zu lang nicht mehr! Oh, ich komme ich kleeve! Ich komme ich kleeve! Guck mal, bei Curry kommt wieder der Portale! Was ist da los, Kleeve? Das ist immer random, Mann! Ich liebe Kleeve random! Alter, ey, ganz ehrlich! Du kannst es nicht mal! Ne, warte, wieso! Oh, oh! Oh, ich habe geschossen! Alter! Du blitzest! Curry, was ist denn los? Du blitzest! Oh! Oh! Ich habe keine verkackten FIFA-Spieler, Alter! Die hasse ich sowieso! Technik! Technik! Oh! So! Technik, Alter! Technik! Komm mal, ich kleeve! Ich habe Technik! So, weißt du? Curry, warum? Ich überleg mir das die Wunde noch mal! Ich habe Curry sofort dagegen argumentiert, weißt du? Weil ihr mir nichts gönnt in keinem Spiel! Gönnt der Wärmer sein! Tüftest! Oh! Du blitzest! Ich habe Curry, mach Curry! Geh mal Curry, geklebe! Das goldene Kind aufs Kleve, Alter! Hör! Witzbacke, was! Hör! Hat er es gesagt? Ja, und welche Flughafen fliegen Sie so an? Ja, ich flieg von Malle nach. Kleve, ich komm nicht an Kleve! Kleve hat nur ein Flugzeug. Und das fliegt nur nach Malle. Und kommt nie wieder zurück. Ey, Curry. Soll ich jetzt drin? Curry? 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 Ja? Ja? Och nee. Come on! Der arme Mann, Alter! Die sind überall diese ganzen Krieg-Zombie-Fannen. Krieg! 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 Ich aus Klebe! Krieg! Ach, putan! Guck dir den Curry an! Guck dir den Curry an! Du ist alte Kackwurst, Alter! Ey, komm! Also, ihr könntet mir ruhig auch mal gönnen, ja? Ich aus Klebe! Ich aus Klebe! Ich aus Klebe! Das ist ja widerlich! Und sonst? Ja, ich würd sagen, tschüss! Bei mir passiert halt nichts, also tschüss! Achso, ich bin grad im Ladebild. Klebe! Ich komm aus Klebe! Ach, Alter! Mitch, ist da? Nichts, ist da? Ich lieb! Tschüß! Mitch, ist da? Das ist guteตivity! Achso... Tschüss... Alter... S beauty